Oh scheiße, ich bin tot! Was ist da, ADX-Sniper, 37? Ah, scheiße, mein... Pass auf, der kommt schon. Der kommt schon. Ich hab Victor Rodders. Also die anderen sind stark. Aber wir haben auch einen starken. Und uns. Achtung. VIP ist hier irgendwo. Hab ihn. Danke. Sehr schön. Wo bist du eigentlich? Ja, es sind viele. Hier sind viele, mein Freund. Hast du ihn? Nice. Sauber Arbeit. Hallihallo, ADX. ADX-Clan-Member. So, da ich jetzt eine übelste Sniper-Waffe habe... Oh, warte mal, wo geht das? Ich lass mich mal ein bisschen zurückfallen. Ja, genau wie du. Sehr gut. Ey, du spielst ja taktisch. Klasse Idee. Schön zurückfallen. Hopp. Weiß mal. Was hast du denn? Ja, ja, bei mir auch ein bisschen. Aber ist nicht so schlimm. Aber bist du noch drin? Und bist du draußen? Ja. Ich bin neben dir. Ich war dann von hier hinten weg. Guck mal. Krieg noch nicht, krieg noch nicht, krieg noch nicht. Mist, die sind genau in die Ecke gerannt. Hab einen. Scheiße. Von links? Wo war er? Scheiße. Sagt doch von links. Ja, ja, weiter links. Hat mich auch gleich weggerotzt. Oh mein Gott. So ein Scheiße. Oh shit, hier sind so viele. Einen hab ich. Ich auch. Super. Teamwork. Wo sind sie? Versuch dich immer hinter die Box oder so zu stellen. Also nicht direkt ins offene stellen. Dann können sie sich so voll abknallen. Guck mal. Oh, da ist ein Scheißer. Hab ihn. Nee, noch nicht. Ich hab einen. Hab einen. Von so einem anderen Clan. Mann. Stell dich immer schön in die... Oh Mann, ist VIP. Hab ihn. Wuh. 99 Punkte. Sehr geil. Okay. Pass auf, von rechts ballert einer. Warte mal. Ich seh ihn. An den Kisten. Ah, der siehst wahrscheinlich nicht. Sieht jeder von der anderen Seite aus. Warte mal, der muss irgendwo bei den Kisten sein, die Sau. Ah, ich seh ihn. Der steht rechts an den Kisten. Ich steh von der vornen Seite von diesem Angar. Hab ihn. Oh, da sind alle. Da sind alle. Ich komme, ich komme. Von der anderen Seite. Von der anderen Seite von dem Angar. Von der anderen Seite. Auf der linken, wo es hinten runter geht. Ah ja. An dem Hafen. An dem Hafen. Ja, ich seh schon. Oh oh. Das wird fies. Pass auf. Ich steh ein bisschen frei. Pass auf. Ich steh nicht zu frei. Du stehst voll abschießbar. Komm ein bisschen hinter die... Fuck. Scheiß. Von hinten? Ja. Ich sag ja, du stehst abschießbar. Du darfst nicht zu nah dran stehen. Hab ihn. Hab dich gerecht. So, ich hab jetzt einen Mortar. Ich hau den gleich mal rein, du. Hab auch einen anderen. Oh shit. Zwei. Double. Lovely. Ah. Double Head. Ja. Oh shit. Scheiße. Shit. Ich hätte fast einen Storm gemacht. Das wäre mein Zehnter gewesen. Fehler. Ich habe nicht die Waffe genommen. So, ich bin jetzt mal VIP. Oh shit. Hinter mir. Wartung. Oh fuck. Ich hasse das. Vier Leute auf mich geballert. I'm so sorry. Couldn't hold it. Haha. Wo bist du denn? Stacks on Seven. Gut. Wichtigste ist immer schön hinter irgendwelchen Block... ähm... Barrikaden stellen oder irgendwas. Nicht zu offen stehen. Also immer so den Kopf nur raus gucken lassen. Also spielen immer die Pros. Also... Immer schön... Nicht großartig zeigen. Shit. Die sind von der anderen Seite. In dem Haus. Pass auf. Die schießen schon aufs Haus. Die versuchen von der Seite zu flanken. Ich versuche von der Seite... Die zu unter... Ah shit. Sie kommen ran. Sie kommen. Sie kommen. Sie kommen. Sie kommen. Sie kommen. Sie kommen. Die sind von der anderen Seite. In dem Haus. Sauber. Warst du das? Was? 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 WIP im Haus. WIP im Haus. WIP im Haus. Boah. Ich weiß nicht ob ich soweit derfen kann. Ich schmeiß mal ne Granate rein. Komm nicht ran. Da ist einer. Ach hat er mich auch. Dieser Highland Guy der ist... 30-13. Der ist nicht so schlecht. Ich hab ihn. Hu. Gut. 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 Guck mal. Du hast fast ne 1-0. Das ist sehr gut. Warte. Ich stoße mal auf dich an hier. Warte mal. Achtung. Und... Was ist denn das? Was ist denn das? Na ja. Guck mal. One and one. Warte. Ich vote mal für dich. Ich hab noch nie für dich gevotet. Hier. Guck mal hier. Du bist schon bei 189 Voten. zu punkten. Weil wenn ich vote sind schon 70 plus Punkte die ich gebe. Oh. Das ist ein kleiner Schnaps. Noch ne Runde oder? Na ja. Unbedingt. Alles klar. Ja man. Bis gut. Na ja. Pass auf. Achtung. Ist VIP. Ist VIP. Komm von der anderen Seite. Ja ja. Aber warte mal. Shit. Der VIP hab ich nicht gekriegt hinter dir. Falls du noch in der Halle bist. Ich hatte auf ihn gewartet. Jetzt hat man nichts gebracht. Ah come on. Ach scheiße. Ja ja. Du musst schön aufpassen. Echt immer schön Distance. Oh man ich hasse das. Ich muss mir andere Waffe nehmen. Ich habe keinen Aiming Cross. Und das macht es natürlich noch schwieriger. Im Nahkampf. Welche Waffe hast du eigentlich gerade? Oh scheiße. Welche Waffe hast du? Ich habe. Ich habe. Ich habe diesen Bison. Diese? Die Bison ist sehr gut eigentlich. Ein bisschen ungenau. Die spreadet. Die spreadet manchmal ein bisschen viel. Sie hat viel Ammo. Sie hat viel Ammo. Das hilft auch. Das hilft. Aber sie spreadet dafür. Also sie schießt nicht auf den Punkt genau. Ich habe jetzt die EBR. Das ist so eine Sniper Waffe. Aber auch. Man kann öfter neinander schießen. Shit. Und auf der rechten Seite? Bisse. Ach fuck. Hat mich. Ähm. An der Halle. Also in der Kleine. Nicht an der Halle. Quatsch. An dem kleinen Haus. Guck mal. Ich bin neben dir. Pass auf. Genau da wo du gerade hingehst. Scheiße. Genau da wollte ich hier. Oh hat mich auch gleich wieder die Sau. Hat eine MP7. Die sind einfach. Zu. Zu krasse Fire Raid. Zu krasse Fire Raid. Den kannst du nur schön aus der Distanz pflücken. Den Typen. Ja. Haben sie gerade gemacht. Schön aus der Distanz. Achtung. Da kommt eins. Hinten rechts. Am. Am Wasser. Ah. Da sehe ich. nicht. Ich flanke von der Seite. Ich bin ein bisschen offen. Aber das geht noch. Solange sie. Jetzt nicht alle. Ich komme von der Halle. Von der anderen Seite aus. Dem Wasser. Ach fuck. Irgendwo ist ein. Noch ein Typ. Verdammter Mist. Laos Sniper. Was für ein Name. ich komme. Ich komme. Ich komme. Ich komme. ihn erledigt. Shit. Oh nein, VIP dabei. Und der hat eine Maschinengun, das heißt, der zieht schön hintereinander durch. Ich komme. Bleib dran, bleib dran. Und jetzt. Mist, hast du nicht gekriegt? Mist, auch nicht. Nicht reinrennen, bringt nichts. Die sind zu dritt. Versuch zu warten, hinter einer Ecke oder so, und dann von der Ecke abzuknallen. Nicht reinrennen, warte. Hinter dir! Hast du ihn? Ah, noch nicht. Warte mal. Wenn ich hier spawne... Die sind auf der anderen Seite. Ich komme. Hast du, du hast einen VIP. Nein. Hast du, doch. Nein, nein. Das war nicht VIP. Das bin ich VIP. Dammit. Oh man, wir sind gar nicht so gut mit von der Statistik, momentan. Wir müssen uns ein bisschen verbessern hier, Mensch. Ein bisschen Verbissung. Ach, kann doch wohl nicht wahr sein. Zwei Schüsse auf ihn und er legt mich um. Du hast ihn doch! Super! Ah, du bist doch VIP! Headshot. Erledigt. Versuch nicht, dir an der Ecke zu stehen. Die ballern sich sonst von beiden Seiten ab. Oder bleib da nicht. Versuch, dich von der einen Seite zu schützen. Wenn du da stehen bleibst, ist gut. Ich halte die rechte Seite frei. Bleibst du stehen? Gut. 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 Du brauchst Hilfe. Sag mal was, ne? Okay, Position change. Der kommt, der kommt, der kommt. Shit. Tatsächlich, sauber. In die Seite, in die andere Seite? Ähm. Oh. Oh shit. Ich komme. Ach, verdammt. Und hat mich auch erledigt. Die Sau. Und meine Granate hat nicht mehr gezündet. Ich habe noch eine Granate hinterher geschmissen. War schon zu spät. Du meinst, ich komme in die A. Sauber. Hast du gut gemacht. Gut. Hab ihn. Zu ihm. Den einen. Da sind noch mehr. Warte mal. Oh shit. Zu viele. Oh nein. Zu viele. Drei auf der Linie. Konnte ich nicht. Puh. Die sind hinten auf der Linie. Also auf diesen. Genau da, wo du bis gerade bist. Da. Halt die Position. Da. Hat mir einen Headshot gegeben. Die Sau. Ach, ich bin ja auch weg. Am besten ist es mal auf Distanz. Immer auf Distanz. Aber ist leicht gesagt. Granate. Bisschen. Nicht reinrennen. Ganz ruhig. Hab ihn. Sauber. Hast du gemacht. Sauberer Schuss. Hab ihn. Bleib dran. Okay. Hab ihn. Ah ne. Das warst du sogar. Dieses HK. Der ist gut. Mist. Hat mich. Prrrr. Dieses HK. Oh shit. HK ist Heckler und Koch. Ist die Firma. Ist eine MP7 benutzt er glaube ich. Nehmt grad ihren Spaß. Double. Ach konnte ich nicht. Ich glaube er ist VIP der Typ. Kann er sein? Ne war er nicht. Ganz schön mit viel schießen hier. Ach der Scheiß. Ach. Dammit. Konnte ich nicht mehr. Bist du eigentlich allein zu Haus? Also in deinem Raum meine ich. Ich bin im Raum allein. Aber. Im Haus nicht. Das ging ein bisschen leiser. Ist okay. Ist okay. Shit. Hab ihn. Ich hab ihn. Ich glaube die Jungs halten die rechte Seite frei. Wäre hilfreich. Ich gebe mal einen Sonar. Und gucke mal wer da noch kommt. Dammit. Hab mich mit seiner MP7 mit dem HK umgauen. Den darfst du nicht an dich rankommen lassen. Den musst du aus der Distanz kriegen. Sonst bist du dran. Ach scheiße. Ich hab den nicht gesehen. So hinten ist frei. Ich hab einen Motor geschmissen. Das ist keine Sau. Du bist gerade hinten an der... Ach ja, ich seh den. Fuck. Ach, da ist noch einer von uns. Hab schon. Achso, bist du das? Mist. Ah, dammit. Wie geht's dir? Alles Roger? Alles fit im Schritt? Hehe. Uh. Gemessert. Der steht direkt bei uns, der Typ. Er hat mich gemessert. Im Haus einer. Von hinten einer, ne? Kann das sein? Wo du stehst? Hab ich. Okay, warte mal. Ich check mal die andere Seite. Scheiße, noch eins. Warte, ich komme. Mann. Shit. Keine Munition mehr. Ach shit. Hab ihn. VIP ist weg. Hartung, hier ist einer bei uns. Glaub ich. Ach, hat mich ja bestätigt. Sehr gut. Einen für dich. No, no, no. Schieß nicht auf die eigene Leute, Mensch. Äh. Mensch. Rechts ist er, rechts. Der steht immer noch. Verdammt mich. Verdammt mich. Der MP7-Typ ist noch da drin. Ah, cool. Alle Licht. Halt. Wer geht ins Haus? Wer stürmt? War das, aber ich... Ich bin schon tot. Try again. Joke geht rein, oder wie der heißt. Ciao, Joke. Shit, hinter uns. Einer kommt von hinten wieder. An der Halle. Der eigentlich von hinten. Ah, links. Yes. Oh, ich bin Level 38. Guck mal. Level 38. Puh. Ey, warum gibt's denn so viele Experience Points? Ich hab schon 6700. Das ist total ungewöhnlich. Oh, ich blut. Noch 3 Minuten, Jungs. Oh, ich blut. Nee, ich nicht. Wir piece der... Mh... Samy Major. Einer unserer Spieler. Mitspieler. Player. Irgendwie wo sind die? Hinten. An der Halle. An den roten Containern, wie immer. Wann ist jeder eins? Hab schon einen. Eine Granate geworfen. Achtung, rechts an der großen Halle. Alter, Alter, hat mich. Hat dich geregelt? Ja, ja, ist das blöd. Manchmal hat man... Oh, shit. Hat mich auch. Ganz von rechts. Die laufen meistens drumherum, weißt du? Und dann rechnest du gar nicht, damit genau in dem Moment von diesem Typen abgeknallt zu werden. Scheiße. Hinter uns, ne? Ruhig. Habe ihn, glaube ich, noch erwischt. Ey, ich bin bester Spieler. Kannst dir das vorstellen. 45 Kills. Krasse Sache. Wow. Und du 10. Guck mal, immerhin. Na gut, 22 Mal gekillt. Aber es ist einfach Übung. Es ist einfach Übung. Wenn du öfter dich versteckst... Guck mal, 1-1 hat für dich gevotet, Mensch. Guck mal, der wurde mir für ihn mal auch... Ah ja. Sebastian Royers. Lass mal rausgehen. Lass uns mal Old Sommel machen. Dann lernst du mal was Schöneres kennen. Das ist ein bisschen ruhiger. Ist nicht so viel mit... So viel mit... Ich brauche einen guten Sniper-Rifle. Nimm die SV-98. SV-98. Die ist richtig gut. Benutze ich immer. Von welchem Level ist das? Weapon Set 1. Ganz unten links. Die grüne. Oh, SV-98. Die ist richtig gut. Aber du musst halt beim ersten Schuss treffen. Das ist halt das Problem. Du musst sicher sein beim Schießen. Wenn du eine brauchst, mit der du hintereinander schießen kannst... Möchtest. Und das muss ja... Du hast keine GP, ne? Keine Gold Points. Nope. Genau, das ging mir genauso mit dem anderen Account. Dann nimm mal Weapon Set Nummer... Ähm... 3. Also... Es kommt drauf an. Du willst so mehr... Na, wenn du schon an die Bison gewöhnt bist, willst du öfter hintereinander schießen. Im Weapon Set Nummer 2 ist die Skale ganz okay, kann man sagen. Wie findest du diesen DTSS? Yes. Die habe ich. Die habe ich. Und die ist ziemlich heftig. Da kannst du ganz viele üble Sachen machen. Mit der habe ich am Anfang gespielt. In dem Terminal gerade. Aber, ganz wichtig, die hat kein Aiming Cross. Also du kannst nur mit der rechten Maustaste aimen. Also zielen. Und das ist hart. Ich habe da auch sehr einen interessanten Semi-Automatic Celtic RF. Genau. Die ist für dich, weil mit der habe ich auf meinem anderen Account immer gespielt. Und die ist richtig geil. Wenn du mit der triffst, ist der Typ so gut wie tot. Also die ist wirklich gut. Wenn du triffst, dann ist der top. Das ist ein 62er Damage. Aber meistens klappt es beim ersten Schuss, dass der weg ist. Also die kann ich dir empfehlen. Hast du die schon unlockt? Hast du die schon aufge... Auf welches Spiel? Nee, nee, nee. Ich meine, hast du die schon freigeschaltet, die Waffe? Ja. Sehr gut. Nimm die. Hast du auch schon die Waffen-Task, diese Longshots? Was meinst du? Wenn du mit der Maus über die Waffe rübergehst, steht unten eine Prozentzahl. Da steht W-Task, so eine blaue Zahl. Ein Prozent steht. Ah ja. Das heißt, du hast einen von 100 Longshots. Longshots sind die Schüsse, die du auf den Kopf machst. Auf Distanz. Du brauchst noch 99. Das schaffst du aber. Die ist ziemlich gut. Gut, dann lass uns doch Old Sommel machen. Und ich starte gerade mal noch ein neues Video. Sekunde mal.